Christoph Walz liest Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. Von den Anfängen bis zum Mittelalter. Vorwort zur Ausgabe 2004 Mein Großvater, Ernst Gombrich, schrieb normalerweise nicht für Kinder. Er hatte auch gar nicht Geschichte, sondern Kunstgeschichte studiert. Umso mehr erfreute und erstaunte ihn gleichermaßen, dass sein allererstes Buch, eine kurze Weltgeschichte für junge Leser, über einen solch langen Zeitraum hinweg so viele Freunde auf der ganzen Welt gefunden hat. Dieses Buch schrieb er als junger Mann unter relativ großem Zeitdruck. Später meinte er, dass wohl beides zu diesem dauerhaften Erfolg beigetragen habe. Doch wäre dieses kleine Buch nie geschrieben worden, wenn nicht mehrere Zufälle im Wien des Jahres 1935 zusammengekommen wären. Und so kam es zu diesem Buch. Nachdem mein Großvater an der Universität in Wien promoviert hatte, war er arbeitslos und es bestand auch wenig Aussicht in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, bald eine Stelle zu finden. Ein befreundeter junger Lektor kam auf ihn zu und fragte, ob er nicht Lust habe, sich ein englisches Geschichtsbuch für Kinder anzusehen, um es eventuell ins Deutsche zu übersetzen. Es war von einem gemeinsamen Freund empfohlen worden, der in London Medizin studierte und sollte in der neuen Reihe Wissenschaft für Kinder erscheinen. Mein Großvater war wenig beeindruckt von dem Band und sagte dem Verleger Walter Neurath, der später in England den Verlag Thames & Hudson gründen sollte, dass es sich nicht lohne, ihn zu übersetzen. Ich glaube, ich könnte selbst ein besseres schreiben, sagte er zu Neurath, worauf dieser ihn bat, ihm doch einmal ein Kapitel zu schicken. Als mein Großvater in der letzten Phase seiner Doktorarbeit war, hatte er mit der kleinen Tochter von Freunden korrespondiert, die wissen wollte, womit er denn die ganze Zeit so beschäftigt sei. Es hatte ihm großen Spaß gemacht, ihr auf verständliche Art und Weise das Thema seiner Doktorarbeit zu erklären. Außerdem war er, wie er später sagte, des wissenschaftlichen Schreibens, mit dem er sich während seines Studiums so intensiv beschäftigt hatte, ein wenig überdrüssig. Er war fest davon überzeugt, dass man die meisten Dinge einem intelligenten Kind in einfachen Worten erklären könne, ohne dabei auf komplizierte Fachbegriffe zurückzugreifen. Also schrieb er ein lebendiges Kapitel über die Ritterzeit und schickte es an Neurath. Dieser war hochzufrieden, fügte aber an, Damit das Buch wie geplant erscheinen kann, brauche ich in sechs Wochen ein komplettes Manuskript. Mein Großvater war gar nicht sicher, ob er dies schaffen würde, doch reizte ihn die Herausforderung sehr und er versprach es zu versuchen. Zügig setzte er eine Gliederung des Buches auf und entschied, welche Ereignisse der Weltgeschichte behandelt werden sollten. Er fragte sich einfach, welche Begebenheiten der Vergangenheit das Leben der meisten Menschen beeinflusst hatten und an welche man sich heute noch am besten erinnerte. Dann begann er, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben. Vormittags las er alles, was er im Haus seiner Eltern zum jeweiligen Thema des Tages fand. Auch ein großes Lexikon zog er zur Rate. Nachmittags ging er dann in die Bibliothek und las dort soweit als möglich Texte aus der jeweiligen Epoche, um seinen Berichten eine größere Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Abende waren für das Schreiben reserviert. Ilse Heller, wie sie damals hieß, war etwa fünf Jahre zuvor aus Böhmen nach Wien gekommen, um hier ihr Klavierstudium fortzusetzen. Schon bald wurde sie von Leonie Gombrich, nach der ich benannt bin, als Schülerin aufgenommen. So traf Ilse Heller ihre künftige Schwiegermutter, noch bevor sie ihrem späteren Ehemann begegnet war. Ja, Leonie machte die beiden sogar miteinander bekannt und ermunterte meinen Großvater, ihrer neuen Schülerin Wiens Museen und Sehenswürdigkeiten zu zeigen. 1935 waren ihre gemeinsamen Wochenendausflüge schon längst zur liebgewonnenen Gewohnheit geworden. Im darauffolgenden Jahr heirateten die beiden. Eines Sonntags, als sie während einer Wanderung im Wiener Wald eine Pause einlegten, vielleicht saßen wir auf einer sonnigen Lichtung im Gras oder auf einem umgefallenen Baumstamm, erinnert sich meine Großmutter, zog mein Großvater ein Bündel Papiere aus seiner Brusttasche und fragte »Darf ich dir mal etwas vorlesen?« »Es war schon besser, dass er es vorlas, weißt du«, sagt meine Großmutter heute. Schon damals hatte er eine fürchterliche Handschrift. Bei diesem »Etwas« handelte es sich natürlich um die kurze Weltgeschichte. Offensichtlich gefiel meiner Großmutter, was sie hörte, und diese Vorlesestunden setzten sich die folgenden Wochen fort, bis das Buch abgeschlossen war. Mein Großvater lieferte das Manuskript pünktlich bei Walter Neurath ab. Liest man den Text einmal laut, so ist zu spüren, auf welch wunderbare Art dieses Vorlesen in der Übersitzendung in Lambte und der Wanda, nicht in der Übersetzung liegt an tausenden Gruppen, Vielen Dank.